Hallo Freunde von Stoff4U, euer Zwirni ist mal wieder da, um euch die Top 5 Stoffneuheiten zu präsentieren. Platz 5 soll euch schon mal auf die Wiesenzeit einstimmen. Lange dauert es nicht mehr und dann geht die wilde Zeit der Oktoberfeste wieder los. Bei uns warten neue Trachtenkollektionen auf euch. Baumwollstoffe, Tafts und vieles mehr. Auch in den nächsten Wochen wird viel Neues hinzukommen. Sichert euch zum Beispiel die wundervollen Muster der Trachtenkollektion Marie. Platz 4 sichern sich die neuen Schirmstoffe aus Dralon. Das beschichtete Polyacrylgewebe ist lichtecht, fleckabweisend, reibrecht und besitzt einen UV-Schutz. Entscheidet euch zwischen drei tollen Varianten. Platz 3 geht an neue Insektenabwehr. Die lästigen Biester wollen einfach nicht aufgeben. Doch Moskitonetze müssen nicht trist sein, sie können auch schöne Muster haben. So könnt ihr im Shop nun zum Beispiel einen mit Ranken bedruckten Moskitonetstoff ergattern und so das Praktische mit dem Schönen verbinden. Platz 2 ist für die Dodos reserviert. Die flugunfähigen Vögel sind leider bereits ausgestorben. Doch bei uns leben sie munter weiter. Zwei schöne Farbvarianten stehen euch für den süßen Jersey zur Auswahl. Und Platz 1 ist stellvertretend für unsere neue Tipi-Zellstoff-Kollektion. Ihr findet bei uns ab sofort feste Baumwollzellstoffe mit verschiedenen tollen Motiven. Viele auch mit Bordüre. Der Kriegspfad-Tipi zum Beispiel ist ideal für coole Kinderzelte. Mengenrabatt gibt es bereits ab dem dritten Meter. Das war's. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, euer Zwirni. 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 Vielen Dank.